Es ist Freitag, 18 Uhr. Willkommen zurück zu Yakuza 6, dem Spiel mit Song of Life. Wir machen gerade Nebenquests in Onomichi, glaube ich, erst der Ort hier. Und wir haben gerade auf der Straße ein Stück Ess... eine Orange mit Essen draufgefunden. Hier wäre ich da keine Ahnung. Mal sehen, ob das zu irgendwas führt oder ob das einfach nur random Zeug ist. Was in der Welt ist das? Hier ist er rumrennt. Was zur Hölle? Ein Maskottchenhut, würde ich mal sagen. Ah, das ist wo Michio-Kuns Kopf ist. Endlich habe ich ihn gefunden. Was hat sich dieser faule Junge dabei gedacht, ihn einfach so spezielles hier rumliegen zu lassen? Hey, was zur Hölle ist das? Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr erschreckt. Das hier ist der Kopf unseres zaubernden Onomichi-kun. Onomichi-kun? Ja, er ist das echte Maskottchen, das wir versuchen als neues Gesicht von Onomichi zu promodiksen. Hey, du weißt nichts davon? Nein, ahntest du das nicht? Süße Charaktere, die in letzter Zeit ziemlich viel aufgetaucht sind? Genau. In diesen Tagen sind sie das beste Mittel, um die lokale Küche und Kultur hervorzuheben. Ich habe ein echtes Podium hier allerdings. Mein normaler Schauspieler hat leider das Land verlassen. Und die Landschaft. Natürlich. Ein Teilzeitarbeiter, der sich das Kostüm anzieht, um Freude über die ganze Welt zu verteilen. Alles, was sie gemacht haben, war eben ein bisschen die Richtung zu zeigen. Kinder können jetzt noch nicht mit Kritik umgehen. Warum ehrlich zu sein? Wir haben ein ziemlich großes Event, das kommt. Und Michio-kun soll eine großartige Erscheinung machen. Ah, was ist ein Elend? Ich habe echte Probleme ohne einen Schausteller. Man macht das nicht selber. Nein, nein. Bei mir, ich mache das Management. Ich kann nicht herumlaufen und gleichzeitig das Ereignis organisieren. Michio-kun ist ziemlich groß für mich. Ist allerdings auch ziemlich groß für eins, der Maskottchen. Schwer umgenutzt sein. Ich brauche einen großen und muskulären Schausteller. Ein schöner Typ tut es einfach nicht. Aber wo könnte ich nur jemanden herfinden, der groß und stark genug ist, um sich in dieser Rolle zu kümmern? Was ist ein Problem? Moment. Ich mag es nicht, wohin das geht. Ha, ich habe einen gewonnen. Ich ziehe das nicht an. Komm schon, bitte. Ich bezahle dich ja irgendwo. Oh nein, es ist ohne Michio. Ja, wir brauchen jemanden wie durch. Du bist groß, du bist stark und du hast jede Menge Zeit in deinen Händen. Das ist echt nicht mein Style. Ich bettel dich an. Du hast alles, was du brauchst, um es zu machen. Und außerdem gibt es jede Menge kleine Kinder, die auf den Auftritt von Michio-kun warten. Du kannst dich nicht enttäuschen. Denk doch an all diese lächelnden Gesichter. Du kannst dich doch nicht enttäuschen. Bitte helf mir. Du musst dieses unschuldige Lächeln beschützen. Ich bin nicht wirklich daran, dass sie an was Kötchen zu werden. Was soll ich tun? Ja, klar helfen wir ihnen natürlich, sonst wer es auch gerne nehmen könnte. Ja, ist klar, ich mache es schon. Nur ein bisschen. Er hat Skoshi gesagt. Hey, ich bin doch nicht Michio. Mein Name ist Kiyo. Kiyo-san, ich bin der Produzent dieses Ereignisses. Das ist Hirunaka. Nun, lass uns loslegen. Wir müssen die Schwänze das Team kriegen. Aha. Das ist perfekt. Es passt großartig. Und ich muss wirklich so rumlaufen? Hey, klingst du zögerlich. Es wäre unmöglich, etwas zu finden, was dir sonst so gut passen würde. Sir, sie sehen lächerlich aus. Es ist ziemlich schwer. Und warm. Und es ist schwer zu atmen. Ich kann schon verstehen, warum der Fiori Schaustell es gelassen hat. Komm schon, Junge. Ono Michiko ist ein Symbol von Ono Michi. Er ist ein Idol. Was hat das überhaupt alles mit Ono Michi zu tun? Hä? Das siehst du nicht? Als erstes ist das liebevolle Gesicht, das genau nach der Spezialität der Stadt Settuchi gebaut ist. Oben ist ein leckeres Essen, Ono Michi Rahmen. Und um deine Hüfte herum hast du eine leckere Fischtasche, die zeigt, wie du da verbunden bist. Und dann deine coolen Gummistiefel zeigen die Ursprünge der Gemeinschaft. Und am Ende sagt sein Shirt Ono, das in großen, dicken Buchstaben. Es ist eine große Repräsentation der Schönheit unserer Stadt. Denkst du nicht, du bist das perfekte kleine Maskottchen? Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Wie immer es sei. Du siehst großartig aus, Kiryu-san. Oder soll ich sagen, Michio Junge. Also was muss ich machen? Ach ja, die Kinder werden bald auftauchen. Also fang einfach mit deiner Performance an. Sorg dafür, dass es lustig für sie ist. Aber was du immer so tust, spreche auf keinen Fall deinen Charakter. Und was für eine Art von Charakter ist das? Und Michio Kun ist ein Fischermann, der den Ozean liebt. Also sollte er so Gesicht gewählt ausdrücken, wie möglich. Dieses Gesicht gewählt. Was für deine Sprechart angeht, also wirst du Michi in deinen Begrüßungen benutzen. Michi. Hallo Michi und nice to Michi. Ohhhh. Solche Sachen. Wir können einen kleinen Versuch starten. Schön dich zu Michi'n und los. Ha, du verstehst es schon. Äh, gib mir einfach ein bisschen mehr Energie rein beim Event. Also gut. Als nächstes, die großartige Catchphrase. Wenn du dich in Problemen siehst, sagst du einfach, oh nein. Eine weitere Runde Praxis. Und? Oh nein. Großartig. Nebenbei bemerkt die englische Phrase, oh no, klingt genauso wie Ono auf deinen Namen. Cool, was? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendjemand würde das cool finden. Achso, eine Sache noch. Das ist das letzte. Es gibt noch mehr? Was denn jetzt noch? Oh no Michis, äh, charismatische Pose. Ich habe eine Pose? Oh no. Oh no. Oh no. Folge einfach nur meinem Beispiel. Es ist eigentlich nur, wenn du das, äh, wenn du ankommst und gehst. Das ist wirklich nicht mein Ding. Komm schon, sei nicht so ein Spielverderber. Denk doch an die Kinder. Los. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Kiryu-san, das war unfassbar. Es gibt keinen Zweifel. Du bist wirklich Ono Michio geworden. Das ist echt ärgerlich. Oh, die Kinder sollten gleich da sein. Du kannst das tun, großer Junge. Du kannst das tun, großer Junge. Gibt es alles. Es gibt keine weiteren Regeln, außer dass ich dir schon gesagt habe. Also versuch dir einfach noch zu entspannen und alles wird gut. Lässt mich einfach so viele Leute los? Alles könnte passieren, weißt du? Ach, das wird schon gut sein. Du bist jetzt Ono Michio, Kiryu-san. Und da geht's los. Es gibt ein Bestes. Wow, es ist Ono Michio. Du hast recht, es ist wirklich er. Ich bin ja so glücklich, dass er hier ist, Ono Michio-kun. Ich bin überrascht, dass das Ding gescheit beliebt ist, als ich dachte. Nein, nein, es geht los. Ich nehme an, das. Ach nee, warte mal, er ist ja entspannt. Ich dachte, er sollte sich refined ausdrücken. Und mein großartiger, äh, T-Shirt. Ich bin der Stolz von Ono Michi. Achso, er hat vorhin noch gesagt, wenn er seinen Rahmen und seinen Hut und sein... Wenn ihr Spaß haben wollt, dann kommt ran. Oh man, er ist so cool. Ich bin verliebt. Seine Stimme ist großartig. Es ist alles ehrliche Arbeit. Alles klar. Ich hoffe, ihr Kids seid bereit zu spielen. Nun dann. Was genau haben die eigentlich vor? Nice to Michi. Yoroshiku Michi. Yoroshiku Michi. Yoroshiku Michi. Yoroshiku Michi. Yoroshiku Michi. Was, dein E-Lein. Dieses Maskottchen Zeug nimmt einen echt alle. Nimmt einen echt alle. Nimm dies Michiokun. Nimm dies und das und das. Diese kleinen... Oh nein. Ja, er hat es gesagt. Er hat es wirklich gesagt. Aha, das wollten sie also. Das hätte ich früher sehen müssen. Komm schon, lass uns spielen Michiokun. Es ist Zeit für das Hauptevent. Deine Talkshow wartet. Talkshow? Ja, du hast mich gehört. Das ist der große Moment. Nun komm ran. Alles klar. Oh man ey. Hallo allerseits, ihr drei. Das ist doch mehr frei. Jo moin. Oh, so viel Energie. Ich bin so glücklich, so viele lächelnde Gesichter hier in der Onomichi-kun Talkshow zu sehen. Danke, dass ihr alle da seid. Hey, du hast von der Talkshow aber nichts erzählt. Was? Nicht? Ja, ich könnte ja schwimmen können. Das habe ich getan. Aber sieh doch, wie sehr sich die Kinder freuen. Du kannst nichts im Herzen meinen. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Ahnung, wie Onomichi-kun redet. Das wird schon alles gut. Denk dir einfach irgendwas aus, wenn dir nichts einfällt. Du kannst das tun. Nun, ich bin raus hier. Viel Spaß mit deiner Talkshow. Alter. Dieses Spiel. Verdammt. Das werde ich nicht vergessen. Also, hier ist es, worauf ihr alle gewartet habt. Der Stolz und der Freude dieser Stadt. Ohne Michi-kun. Ja, nice to meet you. Nun, aller Leute. Was für eine Art von Frage habt ihr auch für unseren geliebten Onomichi-kun? Wer möchte anfangen? Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Dann nehmen wir... Dich. Kann ich was fragen? Alter, was ist denn eine dumme Frage. Natürlich. Was hast du zu bieten? Was ist dein Lieblingsessen, Michi-kun? Was ist dein Lieblingsessen? Uff. Das ist eine großartige Frage. Dass ich sterbe, um das zu wissen. Nun, Michi-kun. Mein Lieblingsessen. Und es ist bestimmt der scheiß Ramen, der oben ist, oder? Onomichi Ramen Michi? Sexy Woman. Oh. Na, ich bleib mal beim Skript, wa? Pfff. Onomichi Ramen Damichi. Ja! Ja, ich wusste es. Das war ein Lieblingsessen. Ich kann nicht genug von den Onomichi Ramen kriegen. Was ist deine Antwort? Also, wer will der Nächste sein? Na, ich, 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 ich. Meins, meins. Hey, du da! Eines Tages hoffe ich, ich kann dich heiraten, Michi-kun. Yay! Michi-kun, hast du eine Freundin? Ah, eine junge Lady hat sich, äh, hat sich in den Wellen der Lieben verfangen. Was ist deine Antwort, Michi-kun? Ha, das, äh, sie möchte wissen, ob ich jemanden date? Das ist ein bisschen schwierig. Was sollte ich nur sagen? I once loved someone. I'm actually a virgin. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, da ist ein Trinkmark! Oh, no! Die Sachen, die Dinger sind so sehr schlecht für seinen Orangeliegen gelaufen. Ist das ein Orangeliegen? Oh, no! Aha. Puh, da hab ich ja nochmal der Kugel ausgewichen. Und die nächste Frage! Hey, halt dein Maul! Hä? Was, wer, wer seid ihr? Ihr seid einfach zu verdammt nochmal laut! Ich hab genug von den ganzen Kindern, die hier lachen! Dieser Ort gehört uns, wisst ihr? Ihr solltet die nicht abhängen! Wer sind diese Typen? Ich habe so viel Angst! Kannst du nicht sehen, dass ihr den Kindern Angst macht? Das ist genug! Tja, ja, ja, klein, äh, klein Bastard! Wollt ihr was wirklich, äh, wirklich für angsteinflüsses sehen? Oh nein, nicht die Kinder! Warum hilft es niemand? Ey! Ey, Susana, ja, ja! Halt dich da raus, Maskottchen! Ist das Rahmen auf seinen Kopf? Mann, das ist ja langweilig, dass ich jemals gesehen habe! Ja, da kann ich leider, da muss ich leider zustimmen, aber die Kinder hier, äh, weinen zu lassen, ohne irgendeinen Grund dafür zu haben, ist ja noch langweiliger! Was war das? Will dieser Idiot gegen uns kämpfen? Ich mag vielleicht ein Idiot sein, aber die größten Idioten, äh, wissen, wenn man den Müll rausbringen muss. Lass uns das tun! Ja, witziger Typ! Komm, lass uns jetzt mal kurz auseinander hauen! Schläger! Weil an sich müsste ja Onomichi Okun sehr gut gepolstert sein, ne? Aber, wahrscheinlich sehr, sehr schlecht um sich herum sehen können, ne? Spätestens jetzt hätte ich als, als der letzte Mann hier heute keine Bock mehr, ne? Dadurch die guten Handschuhe dreckig werden? Zu stark! Was ist dein Problem, Maskottchen? Es gibt nur eine Sache, die ihr wissen müsst! Ich bin der Held von Onomichi! Onomichio! Warum bist du so stark? Warum bist du so stark? Ich versteh's doch einfach nicht! Ihr habt euch das falsche Maskottchen ausgewählt, um einen Kampf anzufangen! Und wenn ihr ein weiteres Kind zu weinen bringt, werde ich euch beenden! Ich muss noch eine bessere Umsetzung dafür ausdenken! Nun dann! Haut ihr ab! Es ist uns leid! Es ist uns leid! Man kommt nicht zurück! Allgemeins betretenes Schweigen! Ah, es ist Onomichio ist ein großartiger Kämpfer! Du bist unfassbar! Das war das coolste Ding, das ich jemals gesehen habe! Du hast ihn wirklich gezeigt! Du bist so stark! Vielen Dank, dass du uns gerettet hast, Michio-kun! Du bist großartig, Herzchen! So... So... Oh, oh, oh! Vielen Dank! Du hast das ganze Event gerettet! Michio-kun ist jetzt mehr als ein Maskottchen! Du bist der Superheld, der die Stadt sicher hält! Jedermann hätte das getan! Um ehrlich zu sein, ich bin nicht besonders! Ich bin einfach nur ein normales Maskottchen! Kommt schon! Lass uns Michio-kun zeigen, wie wir uns führen! Bereit und... Vielen Dank, Michi! Ja, danke dafür, Michi! Und um die Sorge zu beenden, lasst es uns von unserem beliebten Michio-kun hören! Okay, alles klar! Lass uns gehen! Das ist mein großartigen Hasaku-Film! Und meinen super tollen Rahmen! Einen süßen Fisch-Taschen-Dingsbums! Und die coolen Tour, die wichtig für jeden Fischer-Menschen sind! Und meinen Dingsbums bin ich der Stolz von Onomichi! Michio! Michio-kun! Du bist der coolste! So! Mann, das ist echt eine Menge Dank getan! Das Event ist ohne Probleme dank dir gelaufen! Ja, es war nicht ganz so... So durchgängig, wie ich es gehabt hätte! Meine eigene Persönlichkeit ist ein bisschen durchgekommen! War es okay? Ja! Deine, ähm... Deine Psyche hat sich mit der von Michio-kun vereint! Und das hat wirklich die Tiefe des Charakters verbessert! Nebenbei bemerkt! Wir haben das Event auf unserer Webseite gestreamt! Es hat jede Menge Zuschauer! Michio-kun! Michio-kun wird jetzt echt beliebt sein! Ah, ich denke, das ist gut! Es ist es! Wie soll es sein? Hier ist deine Bezahlung! Vielen Dank! Ein... okay, wow! Weißt du, das war gar nicht so schlecht! Das war eine ziemlich wertvolle Lebenserfahrung! Ja, die Dinge werden jetzt sehr beschäftigt sein! Nebenbei bemerkt! Danke, Kürchen! Ich kann nicht darauf... Ich kann nicht warten, dich wiederzusehen! Ja, wir sehen uns! Hä? Nächstes Mal? Oh nein! Es ist Ono Michio! Ich glaube, ich muss es bei Ono lassen, weil... Sonst funktioniert der Witz nicht! Das erklärt einiges, was du im Siebteil gesehen hast? Ich kriege noch die Rechnung für die Reinigung! Ja, damit hatte ich jetzt echt so ein bisschen gerechnet, ne? Also, das... 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 Irgendwie ist das Spiel ein bisschen mehr wholesome geworden, was... Was... Was so bestimmte Quests an... Äh... Hier könnten wir bitte dieses Fahrrad aufnehmen! Eigentlich würde ich nur dieses Schwert einsacken! Wow! Ah, das bringt doch gar keine XP, ob ich über den Dudes umzuhauen, oder? Warum klatscht die Gute da vorne am Gelatt... Am Gelattoladen? Ah, ne... Achso, sie hat mir zuge... Dingst! Ah ja, okay, gut! Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wahrscheinlich wieder ein Maskottchen sind oder so... Tüdelü!